Das war ein ordentlicher Schlag gegen Jacob. Schottest du da nach Hauptquests an? In der Gegend wurden Judges gemeldet. Sie dürfen nicht zu Perkins. Wir brauchen ihre Ergebnisse, wenn wir Jacob besiegen wollen. Sehen wir nach, ob es ihr gut geht. Ja, wir haben noch eine. Okay, wir können auch die machen. Wir haben gerade ein Hauptquests getan. Also eine Frau, wo eine Hauptquests machen kann. Ich bin wieder bei der Gäste, die ich schüttelte. Zurück! Zurück! Oh Gott sei Dank! Ich sitze nicht! Ich ändere die Position! Von hier kann ich nichts machen! Warte! Das ist nicht nur deine Leute schießen. Eins. Wo ist es? Ach, das ist sie. Sie haben irgendwo einen Worte. Oh Mann! Danke für deine Hilfe! Warte, ich komme runter! Ich bin auch zwar oben gewesen, aber ja, komm wieder runter. Jetzt hab ich die von unten anreisen. So richtig dumm, ne? Hallo? Darf ich jetzt nicht hier sehen? Warte, ich komme runter. Und jetzt steht sie da. Ich werde dich schon mal verstehen. So was habe ich noch nie gesehen. Jetzt hat sie für euch jetzt von unten gefehlt. Als hätte es schlimmer kommen können. Scheiße. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Okay. Hilf mir rauszufinden, was die Sekte diesen Wölfen angetan hat. Fang einen lebenden Judge in dem Jugendlager westlich von hier. Westlich von hier. 1,6 Kilometer entfernt. Danke, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Mein gesamtes Team wurde entführt. Nee, hast du mir auch so schnelles Außerung bin ich auch so gestorben? Ich glaube, über einen Kilometer können wir entfernt sein. Ich muss ja, ich muss eh davor warten, bis du da bist. Aber wenn sie ein bisschen zurückzuhalten wollen, dann kann ich sparen langsam weiter. Kann ich nicht mehr, wenn du jetzt auch nicht mehr bist. Im Grunde funden Jacob und seine Leute, diese armen Wölfe, komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. Oh, ich sehe gerade, das ist ein Seitas-Mobil. Kannst du ja gleich dazu bauen, ne? Ich finde, ich eh schon da bist. Jo. Ich glaube, ich auch nicht. Das klingt vielleicht verrückt, ich weiß, aber diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Langsam befürchte ich, dass ich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränke. Glaube ich auch nicht. Du hast so jetzt hier jetzt. Ich muss mal aufhören, was ist das? Okay, hier sind weckten VIPs, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall 100 Punkte. Ich glaube, ich sehe es sogar zwei. Ja, das ist auch noch einer. Wenn ihr rum, da brauchen wir nur noch 600. Das vibriert. Na, jetzt müsste man eigentlich mal was 600 noch brauchen. Aber irgendwo ist auch ein richtig starker. Ja, da ist ein Scharfschützer auf dem Dach, der schießt über Trinkse. Deswegen wäre ich auch da rumgegangen. Na, deswegen hier sind Scharfschützer auf dem Dach. Ach, es ist überall welche. Ja. Schönen wir mal, wenn man aufhören würde, dann kann ich ja noch ein bisschen ballern. Ich wiederbelebe den Vater. Ach, sie ist auch so. Ja, deswegen schreit auch die ganze Zeit. Okay, es waren sogar drei. Wir haben nur noch Dings. Es waren sogar drei. Wir brauchen nur noch 550 jetzt. Das heißt, die Hauptquests sollten auf jeden Fall reichen. Für Hauptquests müssen wir 6 bis 7 hundert. Im Normalfall. Na? Okay. Ich schau mal, ich schau dann was. So. Sicherheitsgebiet. Das heißt, du musst ja auch irgendwo... Der Sniper wahrscheinlich. Wo ist der jetzt hin, der Sniper? Ach da. Hopp. Ja. Der war's. Oh, das ist ein Partner, das hast du gefunden. Ich warte da mal. Oder wir warten da mal. Ach, hier. Hier ist sie ein Pist. Das ist sie. Die ist hier ein Moment. Oh, natürlich. Ich kann auch nicht vorbehalten. Das ist sie. Okay. Öffne das Tor, damit wir anfangen können. Da hat jemand einen nervösen Abzugsfinger. Ich mach das vielleicht lieber allein. Bitte. Gut. Jetzt ist lustig. Lock einen rein. Von hier oben sehe ich keine Judges. Wir müssen sie herlocken. Ich hab's. Die Essensglocken. Wirf die Leiche eines Abrechters in den Futtertruck. Das ist Pavlovs Konditionierung. Wenn die Glocke läutet, werden sie kommen. Vertrau mir. Ich weiß nicht, ob wir jetzt drin sein wollen, wenn die jetzt reinkommen. Ja, ich stell mich mal hier so rauf. Ja. Ich geh sonst, ich geh sonst zum Schalter, damit wir ihn ja einspielen können. Ach ja, stimmt. Ich lauf weg. Ja, dann geh doch weg von dem Wolf. Ach mann, du dumme Ziege. Geh auch weg von ihm. Darf ich dich da rein gehen? Ja, sie bringt oben. Ach, entlassen. Ja, ich geh uns rein. Versuch du sonst das zuzumachen. Warte, stecken kann. Ah. Packen wir sonst noch weiter hier rein. Halt. Ja, wer hat ihn denn jetzt erschossen, Digga? Da ist er. Ich geh jetzt... Du gehst ein bisschen weg. Ich locke ihn hier rein. Ich versteck mich. Hau ab, du dummer Woll. Ich wollte... Ich wollte dir alten, die da liegt, helfen. Er ist bei mir. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Hau ab, du dummer Woll. Ja, ich kletter mal raus, ne? Ich dachte nur, du verreckst jetzt. Ne, ich hab mal selber fest, dass sie mal rausgeklärt hat. Wie besser ist. Ja. Ach so, ich muss mit ihr reden. Ich geh mal kurz hoch, ne? Wenn sie nicht runter kommt. Was ist denn los? Was ist dein scheiß Problem? Warum kann ich jetzt nicht mit ihr reden? Ach, musst du jetzt erst... Ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde die Reite runter zu laufen. Deswegen kann ich nicht mit ihr reden. Oh, ich weiß. Du wirst mich in Stück reißen. Ja, bitte. Dieses Exemplar ist alles Danke nochmal. Ich hab hier was für dich. Das wird dir bei dir sein. Danke. Zeit fürs Abendbrot. Ja, das stimmt. Ja. Geil. Du hast es geschafft, ein Weichen zu entkommen. Aber wann immer ich will, kann ich dich hier zurückrufen. Doch dir bleibt schon noch Zeit für deine kleinen Spielchen. Ich gebe dir Bescheid, wenn es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Okay. Nee, ich komm mit meinem Kumpel. Wahrscheinlich ist es aber dann, glaube ich, so. Ich habe zu tun, wenn wir jetzt nicht ver ports, aber wenn es nicht mehr und wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht mehr ist, wenn es nicht mehr ist, dann, ja.